Leute, hallo, ich bin auch Marc, grüßt euch. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr alle da seid. Mein erstes Live-Poker-Festival hier in Asch mitspielt, die ÖSOP, die Ominimosis-Hilosoph-Poker. Insbesondere möchte ich allerdings noch mal wahnsinnig vielen Dank auch für das Vertrauen ans Grand Casino Asch richten, die wir hier zusammen viel Spaß hier machen. Oh, 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 oh.